Musik 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 Hey wer stirbt einfach aufstehen und wiederkommen Musik 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 Es hat ganz viele Lowys Buggys probiert ins Target zu nehmen. Ey Leute, wir haben die größte französische Gilde getötet. Krass. Okay, drückt sie, fertig, drückt sie, fertig. Aber müsst aufpassen, von hinten könnten dann wieder wegkommen. Ich persönlich habe selber keine Mana mehr. Ja Leute, ey. Hoffentlich hat das jemand aufgenommen, ey. Ist ja geil. So muss es laufen, ich bin sehr, sehr stolz. Wow. Oh, wow. Yeah Leute, ey, du sagst das jemand. Ja, sehr. Komplett zerstört. Das Problem war eben, sie waren alle in einer Gruppe. Ich sag's euch, hätten wir diese Aoye-Tanks, von denen ich rede. Mit dem Defense-Auromancy-Okkultismus wären die alle viel mehr zusammengezogen worden. Und die Aoye-Skits hätten viel mehr funktioniert. Aber die haben auch so recht gut damage gemacht. Also, ne, warte Leute. Nicht nach vorne gehen, warten wir. Weil ich denke nicht, dass alle Mana haben und so. Gehen wir zurück. Puh, okay. Gehen wir drum um, bis das Mana ein bisschen regeneriert. Dann schauen wir, ob sie nochmal kommen. Oder nicht. Zum Herz. Ja, alle zum Herz folgen. Sorry. Auf die Mounds, bitte. Hat das irgendjemand aufgenommen? Schreib das mal, bitte. Bitte. Sag ja. Scheiße, wirklich niemand. Hab ich gesehen, dass nicht einer von uns gestorben ist? Doch, doch. Sind ein paar, glaub ich. Ja, drei, vier. Ja, das waren die Rebellion, ja. Die Rebellion, ja. Die waren wir gerade alle. Scheiße, mal ist das geil. Aber die, von der Masse her, schaut jetzt uns an hier. Die waren schon mehr, oder? Ja. Geil. Okay, gehen wir. Donnergott, Zoll, kommt ihr alle bitte auch zum Herz. Ja. 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 Donnergott. Habt ihr Singdo gesehen? Schreibt mal in den Gilden-Chat. Okay, gehen wir noch einmal komplett herum. Und dann können wir auf den Boss gehen, wenn niemand mehr da ist. Okay, Gontor, ja, sie sind da. Alle beim Herz sammeln. Tanks rein. Probiert sie zusammenziehen, die Aura-Manty haben und dann die, oh yes geht's. Wirklich, oh yes geht's, Leute. In der Mitte stehen sie so schön nebeneinander. Mehr Heilung muss durchkommen. Äh, die, die sterben, alle aufstehen, Leute. Alle aufstehen. Und wiederkommen. Berta oder nein. Probiert alles auch je anzuschießen, was ihr habt. Wie sieht's aus, Teret? Ich bin tot, aber ich bin auf dem Weg. Ich bin hinter dir auch tot. Okay. Schön, komm. Okay, von hinten, von hinten, fertig machen, die von hinten kommen. Äh, haben sie uns dort oben? Sie drückt, okay. Hälfte, alle, die beim Herz sind. Alle zum Herz. Auch ES-Kills rein. Tanks rein. Hu, da, ey, sie werden so schön alle oben. Zusammen. Zusammen gezogen. Ja. 3 ES-Kills bei mir ran. Sie stehen alle vor mir. Kein einziges Awe durchgekommen. Nee. Wir verlieren wieder. Okay, ähm, die, die jetzt noch aufstehen, bleibt mal bei der Neue. So wie ich das sehe, sind sie viel mehr jetzt in der Übermacht. Alle bei unseren Neue respawnen. Die, die da sind, nicht mehr weitergehen. Probiert noch zurückzukommen, die, die können. Respawnen wir. Äh, sammeln wir uns vor der Neue hier wieder. Okay, was jetzt ist wichtig, probiert alle jetzt hier beim respawnen alle, äh, durchzubuffen. Mit den, äh, Damage-Skills, äh, Mana und Heal. Wir kommen wieder. Okay, sammelt euch beim Herz. Sobald sie da sind, springe ich rein, mach Höllensperre und dann möchte ich auch hier sehen. Okay. Ja, Meteore sind wirklich ganz wichtig, wer welche hat. Probiert die wirklich schön durchzukassen in die Masse. Okay, gehen wir nach vorne. Ey, Teres, sie sind so schön in einer Gruppe, ey, die müssen wir jetzt laden. Ja. Wirklich, oh yes, geht's, Leute. Geis, ich hab's nicht geschafft. Okay, jetzt ist ein Fighter-Gelde da, ja. Sieht schlecht aus für uns. Ich habourn. Okay, dann sind wir zum nächsten Mal werfen. Ich hab das nicht verlassen. Ich hab' die K Channel, wie sie gehört. Oh yes, wenn du dich in die nächsten Mal werfen. sobald sie wieder nach, nach sind, einzusetzen. Scheiße. Dort rechts, rechts, schön zusammengezogen, wow. Okay, sammelt euch, springt nicht rein, geht ein bisschen zurück, sammelt euch. Tanks, Teret, sag, wann du bereit bist. Mach's. Ne, nicht nach vorne. Okay, Yumiko, Teret, ihr springt rein, sobald ihr könnt. Teret, auf dein Kommando. Ja. Okay. Behaltet die Stanz, ein bisschen wieder zurück, Leute. Okay, Teret, auf eins, zwei, drei, alle rein, thanks. Ja. Oh, hier geht's, Leute. Wartet, wir sind noch nicht vorne. Gut. Go, jetzt ist es perfekt, sie sind alle eng zusammen, Leute. Okay. Rein, ja. Alle rein. Gut, nice, zusammenziehen. Okay, passt auf, es kann sein, ja, hab ich gewusst. Aber fast kein Damage. Okay, ein bisschen mehr nach links, Leute, dass wir oben sind. Sie ziehen sich zurück, okay, alles töten, was ihr noch könnt. Sie ziehen sich zurück. Okay, aufpassen, sie sammeln sich wieder, alle zurück, nicht mehr nach vorne, stopp. Wieder sammeln beim Herz. Ähm, Leute, alle bitte zum Herz, so nahe wie möglich, und alle, die eine Flöte haben, auf Mana spielen. Ich hab übelst Mana-Probleme. Und anderes, wie ich sehe auch, alle auf Mana spielen, die können. Okay, probieren wir eine Zeit lang, äh, nicht im Krieg zu sein, damit wir das Mana wirklich restaurieren können. Okay. Alle, die Buffs haben, probiert wirklich die Mana-Buffs durchzugeben, von vorne bis hinten, durch den Raid durch. Weil Mana fehlt extrem. Die Beamten, die haben von der 48 R trennen. Titanium. Ich komm', ich komm'. Gefällt mir gar nicht. Die, die Kam. Die, die kommen. Ja, ähm, alle bitte tank schnell zum Herz. sind es so viele okay mich anhandeln einer nach dem anderen der nächste der schaut bitte weggehen der nächste er mich bitte leute ich kann nicht alle drauf drücken dann haben der nächste nur die tanks ok wie sieht es aus wer braucht noch rechts in coming ok mehr habe ich nicht mehr okay sammelt euch weiter alles usern was ihr könnt ein bisschen mehr auseinander nicht so nahe wie die stehen kommt ein bisschen von den mobs mehr nach links zu mir damit die fläche gegräder ist so jetzt wie sieht es aus probiert eben tanks haben wir ja eben die eure menschen haben wirklich zusammen zu ziehen und wirklich am anfang wirklich alle meteoren auch je skills rein zu geben nach 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 dem killdown kill cooldown wie wieder alles rein schießen was ihr habt im titel heute seid viel zu weit auseinander bitte ein bisschen mehr zusammen zusammen hier zu mir ok folgt mal dem herz bitte nahe titanium bitte nicht nach vorne gehen ohne mounts leute ja wie es aussieht haben sie auch den mount gefarmt ok wie es aussieht sind sie alle beim morphlin sie wollen dass wir sie mit hauiersgeld angreifen lasst es sein leute bitte nicht angreifen ja jetzt kann man auf die seite kommt mal zu mir ja röpst du siehst.